Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Irgendwer hat uns erzählt, In Kulmach zu spielen, das sei hart Das sei schon ganz andere gescheitert Die Leute hier kämen nie in Fahrt Doch dann kam alles ganz anders Ihr habt sogar recht viel gelacht Und ihr habt auch alles verstanden Und dann ist es auf dich Mit euch habt ihr uns echt Spaß gemacht Lämm mich am Arsch Das war der Hammer Lämm mich am Arsch Wo ich bin in der Landsbergerei Lämm mich am Arsch Wo ich Spaß Hammer Der seit meiner Zeit Gut, das erzählen wir natürlich jeden Abend Aber heute hier stinkt es natürlich auch Nein, wirklich, wenn uns jemand fragt Wo wollt ihr verkraft werden? Sagt mir immer in Kulmach Gleich neben dem Hut Ja, ihr wart nur halt so schlimm Und wie alle sagen Ey Leute, ihr wart richtig Richtig, ihr wart das beste Publikum Das heute zu kriegen Das heute kriegen wir Durchlären wir uns totales Kulmach Komm her Lämm mich am Arsch Lämm mich am Arsch Das war der Hammer Lämm mich am Arsch, Leute Das ist am Platz Lämm mich am Arsch Und viel Spaß Hammer Höchstens 30 Monats Ja, liebe Freunde Wer mehr von uns sehen möchte Der kommt dann wohl noch mit Die Garderobe Auf unserer Arbeit oder auf Facebook Besucht uns Gebt uns eure Gefängerin Und wir würden uns sehr freuen Wenn wir uns irgendwie wieder sehen Und jetzt nochmal alle Auf der Hände Jetzt geht's hoch Das hier ist Der schönste Ort Aus der ganzen Welt Wir würden hier Sehr gerne allen Und für diesen Song Komm her Up and to the scenes Oja Fremde ked jetzt vor allem minutezeit Ja, noch Lämm mich am Arsch Das war der Hammer Lämm mich am Arsch, Leute Aber jetzt ist geil Lämm mich am Arsch, Leute Die da hoch Ja, jetzt lag Ha Hör Bär Ich habe Wann Do Ich habe Straft Nö Vweh Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.